Soll die Kirche im Dorf bleiben, dann muss das Dorf in der Kirche bleiben. Und damit die Sonne nicht untergeht, brauchen wir dich im Kirchenvorstand. Lebendige Gemeinden brauchen Menschen, die gerne mitgestalten, Ideen einbringen, Verantwortung übernehmen. Im März 2024 wird der Kirchenvorstand neu gewählt. Du bist mindestens 18 Jahre alt. Die Kirche liegt dir am Herzen. Du arbeitest gerne im Team. Sei als Kandidat mit dabei. Die Kirchengemeinde Wendeburg und der Pfarrverwandt Petrus in Wendeburg freuen sich auf dich. Infos gibt es unter 05303 2356. Die Kirchengemeinde Wendeburg und der Pfarrverwandt Petrus in Wendeburg und der Pfarrverwandt Petrus in Wendeburg und der Pfarrverwandt Petrus in Wendeburg.